Auf die Brände! Du bist voll! Und der Herr fragt, wen soll ich senden? Und ich sprach, ich bin hier, sende mich. Ich habe dir aus Dankbarkeit etwas hinterlassen. Markus 16, Vers 15, und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium, der ganzen Schöpfung. Geh hin, E.J. und predige von nun an selbst. Was ist das? 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 Was war das? Was war er?